Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ja, wir schauen uns hier immer noch um bei den göttlichen Pines. Oha! Oha! Kann ich den Gong betätigen? Bitte, bitte. Oh, schade. Ne. Boah, cool. Ich will unseren Garten. Ja! Geil! Okay. Boah, sieht schön laut. Ich würde den Arm runternehmen. Das sieht merkwürdig aus. Das sollte der Rohr Sap die Green Grand Mystic gesprochen haben. Hm. Es ist rather delicious and of an excellent quality. My word, Holmes. Their sap is like a form of cocaine. Äh, okay. Osmosis and photosynthesis. Ach, halt dein Mund. Der kann viele Frauen glücklich machen. Hm. Oh. 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 Caterpillars? They are raised as food for certain plants. Let's take them. A tropical plant, nothing of interest. A tropical plant. Nothing of interest. These three plants are identical to the ones shown at the exhibition. I shall take them. Beklauen wir die jetzt? Boah. Beklauen wir jetzt diese, äh, äh, göttlichen, wow. A tropical plant. Nothing of interest. A tropical plant. Nothing of interest. Ne, was stand jetzt da, äh, mit den tödlichen Pflanzen experimentieren? Machen wir dann gleich. A tropical plant. Nothing of interest. Äh, Rafflesia anoldi. Die kennen wir schon, die Pflanze. This door is locked, but I can try to... Oh ja, bitte. Äh... Natürlich wieder als erstes das äußerste. So. So, 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 so. äh äh Ich will nur, dass der das in der Mitte dreht. Hä? Ich verstehe das nicht. Es tut ja immer schwerer. Okay. Ja! Ja! Ja, dann... ...ab zu Baker Street. So, so, so. Ich denke, dass eine dieser Pläne könnte ein Toxic-Vapur geben. Ich muss genau wissen, wie es sein könnte. Ich beginne jetzt. Watson, wenn du wirklich optimistisch bist, dann würde ich gerne den Gas-Mask machen. So runter... Wir nehmen die hier. Die sieht schon so aus. It appears to open after being soaked with alkaloid. Geil! Geil! Okay, also die Mittlere öffnet sich. Das gefällt mir gerade. Das gefällt mir gerade. Das gefällt mir gerade. Was der... Was der F**k ist das? Was der F**k ist das? Ich weiß jetzt, wie wir es machen. Die frisst das, die schießt die ab und die... Aber ist doch schön. ... und stimulated at precisely the right moment. Let us take our caterpillars to the Colonial Collection Room. We may see things more clearly there. It is too early, Watson. Our suspects will be there. Let us investigate Kew Gardens one more time and ask some questions. Äh, ja. Wir machen erst mal das. Wobei... Nein, wir lassen erst mal das Sicherheitshalber. Wir müssen noch mal zu den göttlichen. Oh, shit. Do you have friends at Kew Gardens? None. Not worthy there. Nevertheless, we have seen Kew Gardens flowerpots in your yard. How could they happen to be there? What? Our sacred place you permitted yourself to search? Sacrilege. Oh, really now. There was a theft of plants at Kew Gardens a matter of days ago. And we believe the pots we found here may be connected with it. Please tell us. Were you involved? No. Those plants were ours. They had stolen them from us. How so? Their director. Dump, I believe. Done. Yes, that's what I said. He borrowed from us three of our sisters for the exhibition at his greenfly-infested gardens. But he never gave them back to us. Excuses and imbecility. So we went in and saved them. I see. So, if you stole those rare plants from them, then it means... Ah, I get it. Bravo, Holmes. I think the case is solved. No. We did not steal. We saved. Well, as a matter of fact, we were unable to find our three plants. I beg your pardon. And yet, you took all of the exotic plants from the stand. They had disappeared. It was the least we could do. Well, they stole our sisters, and so we stole theirs. Well, we will leave you to your meditation. Breath. 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 Wir sind noch lange nicht fertig. Noch lange nicht. Wir sind immer noch ungereimt teilt mit diesem Möchtegärt-Idioten von Stellvertretenden und dem Sohnemann. Aber wie es weiter geht, auch bei meiner nächsten Folge. Bis dann bleibt uns spannend. Genießt den Tag. Bye-bye.